Hallo, ich bin Mariam und ich bin Olli H. Heute spielen wir hier in unserer Spiele-Ecke. Eins, zwei, drei, Spiele-Ecke! Und hier haben wir schon ganz viele Spielzeuge. Und wir haben noch viel mehr, doch jetzt spielen wir mit diesen Spielzeugen, weil wir haben uns heute gedacht, mit den Spielzeugen ist auch noch was dran. Oh nein, ich habe was vergessen. Die Babys schlafen, die sind noch nicht aufgewacht, ne? Ja. Oh nein, ich glaube, wir haben sie schon aufgeweckt. Alles gut? Määä! Oh, ich glaube, er fühlt sich jetzt gerade gut. Ich hatte gestern schon die Idee, dass wir heute zur Eisdiele gehen, ne? Ja. Oh, Lukas, hier, das ist Carlos. Und das ist? Lukas. Oh, die sind beide Freunde. Ja, die sind Geschwister, ne? Ja. Und ich habe schon vorhin die Flasche für den beiden vorbereitet. Hier ist die. Ja. Und ich glaube, Lukas trinkt mal zuerst was. Und wir wollten ja heute noch zur Eisdiele, aber es ist ja noch morgen. Deswegen spielen wir ein bisschen mit der Eisenbahn und räumen erstmal das Bett weg. Ja! Hier ist die Decke, hier ist die Decke. Ja, die Decke. So. Deswegen ist das ein Befest. Hier, hiervon ist das Pferd. Ich möchte es da rauskriegen. Warte mal, ich helfe dir. Okay, dann. Ja, danke schön. Ja, meine Freundin. Und das ist auch meine Freundin. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. So. Wir haben schon gesagt, wie wir in den Eisdiele gehen. Ja, ich gucke mal auf die Uhr, ne? Hm. Es ist schon Zeit für den Mittagsschlaf. Was? Du hast gesagt, wir gehen zu Eisdiele. Natürlich gehen wir jetzt da hin, ne? Aber ist es doch für zwei Uhr. Ja, aber in zwei Uhr ist ja schon der Fertig. Zack, weggeräumt. Und jetzt gehen wir da hin. Oh, wir haben fast den Hund vergessen. Ja. Hm, Benji. Der heißt nämlich Benji. Holst du die Leine? Die muss doch nicht alleine gehen. So, wir machen jetzt die Leine dran. Und wer haltet die? Du. Und ich halte die Babys. Und ich halte die, kann die durchhalten. Eure Freunde einen Platz nehmen. Ähm. Ja. Hallo, hier ist die Eisdiele. Was möchten Sie denn? Welche Eis? Nein, du musst sagen, welches Eis möchtest du? Ich möchte gerne die Erdbeerstreusel-Eis. Hier ist der. Ich hole den mal. Jetzt müssen wir da noch Streusel machen. Da ist schon drauf. Hier. Nein, das ist auch Streusel. Nein. Nein. Darf ich schon mein Eis essen? Natürlich. Was für ein Eis möchtest du denn? Ich möchte gerne Schokoladeneis. Okay. Hier. Hier. Hier hat man für mich gefragt, Kinder-Eis oder Große-Eis. Ähm. Ich möchte, ist egal, was für ein Eis. Und was möchtest du für ein Eis denn? Ähm. Ich will die Kinder-Schokolade. Hier. Hier ist die Kinder-Schokolade. Hier. So. Okay. Jetzt essen wir mal. Nein. Der Hund. Ah. Für den Hund haben wir heute auch was ganz Besonderes. Oh. Jetzt essen alle mal ihr Eis. Fertig. Fertig. Okay. Wir sind fertig. Der Hund ist jetzt auch schon fertig. Ich glaube, der ist krank geworden. Oh nein. Was sollen wir jetzt machen? Die Doktor anrufen? Natürlich. Hier ist dein Handy. Ruf schnell an. Wo ist die Rufnummer? Ach. Ach. Hallo, Doktor. Kommen Sie schnell ein. Junge ist krank. Okay. Tschüss. Okay. Kommt er gleich. Komm, gib. Guck du schon mal, wann er kommt. Komm, gib. Okay. Wem geht es denn hier schlecht? Oh nein. Das könnte eine, ähm, Ansteckung sein. Ich muss mir schnell meine Maske ansetzen. Mal sehen. Mach mal deinen Mund auf. Oh nein. Hm. Da, da sehe ich ein paar. Ich glaube, der hat sich verschluckt. Ich nehme mal das hier und versuche da ein großes Eisstück rauszuholen. Mir geht es schon langsam besser. Dann gut. Okay. Ich glaube, ich kann mir auch schon die Maske aufsetzen. So. Okay. Ich, ich gebe dir noch eine Vitamine. Und dann? Welche Vitamine? Die rote oder die grüne oder die blaue? Ich nehme mal diese Vitamine. Nein, das sind doch die Süßigkeiten. Diese Vitamine kriegst du. Und weil du so brav warst, kriegst du noch eine Süßigkeit dazu. Hier. Mami, Mami, ich habe eine Süßigkeit bekommen. Ja. Und weil du auch so tapfer warst, kriegst du auch eine. Dankeschön. Dann tschüss, ich gehe jetzt mal. Und tschüss, ich gehe jetzt. Au, 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 au. Was habe ich denn da gehört? So klingt aber nicht dein Hund. Hm. Ich gucke mal nach meiner, ähm, Tierarztausrüstung. So. Nochmal anziehen. Für Notfälle. Zack. 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 Jetzt gucke ich mal rein. Äh, hier gibt's noch einen Brief. Ja. Diesen Brief müssen die eben schnell ausfüllen für ihren Hund. Und ich setze mir noch meine Ex-Kommande Brille. Ja. Mal sehen. Mach mal an. Zack. Der Hund macht gerade an. Was habt ihr ihnen denn eben gegeben? Eis? Nein. Das hier. Was? Das? Da. Das muss ich überprüfen. Hier rein. Und weiter den. Ich glaube, ich überprüfe mal erst den hier. Mit meiner Speziale. Ganz normale Hundeleckernis. Okay. Das ist ganz normal. Hm. Ich glaube, der hat sich auch einfach nur verschluckt. Hier, da ist nur so eine kleine. Mami. Vitamine. 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 Und? Ups, meine Brille. Mami. Und jetzt bringen wir sie zum Schlafen. Schlaf, Kindlein, schlaf. Ja. Der Vater hielt die Schaf. Die Mutter schickt die Bäumelein. Und fällt herab ein Träumelein. Schlaf, Kindlein, schlaf. Was? Die schlafen schon. Leise. Leise, leise. Und was für ein Chaos hier ist. Hm. Wir müssen jetzt den Rest aufräumen. Und solange die schlafen und wir hier aufräumen, verabschieden wir uns jetzt mal. Ja. Tschüss. Hey, wir haben noch nicht mal einen Party machen. Party machen wir später. Tschüss. 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 Tschüss.